Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind mittlerweile angekommen bei Episode 4 hinter jeder Ecke. Hier beim Thumbnail kann man sagen von der Episode. Sieht man Christa, die letztens dazugekommen ist. Kenny, der sehr viel durchgemacht hat. Der seine Frau und seinen Sohn Duck verloren hat. Und natürlich uns. Wir fangen jetzt mal an. Und ich bin gespannt, was uns in dieser Episode erwartet. Wir haben mitbekommen, dass aus Clementines Walkie Talkie irgendwer zu uns spricht. Und das finden wir ein bisschen crazy. Ich gehe. Wir müssen uns helfen, ein Boot zu finden. Das ist unser beste Bett in der Sicherheit. Okay, aber wir sind in Savannah. Und meine Eltern waren in Savannah. Okay, wir schauen uns. Ich bin derjenige die Bandit-Supplies. Was? Es ist alles meine Schuld. Wir müssen ein Job! Was? Kein Weg! Ah! Shit! Can't wait for you to get into Savannah, Clementi. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether they want you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. The Walking Dead. Wir sind wieder zurück. Und wir sind angekommen in Savannah. Episode 4. Hinter jeder Ecke. Nein, frag mich nicht noch einmal. Nicht jetzt, vielleicht später. Ich brauche. Nicht jetzt, Clementine. Vielleicht später, okay? Okay. Wir müssen weiter. Kenny, wie weit noch? Du hast recht, lass uns anhalten. Kenny, wie weit noch? Kenny. Äh, nicht cool. Äh, nicht cool. Ich weiß, was ich gesehen habe. Hey, du da oben. Hey! Hey, du da oben! Hey, du da oben! Hallo? Wer ist da, verdammt? Bist du im Turm? Hallo? 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 Sind Sie da? Das blöde ist, das Klingeln. Bringt Zombies mit sich. Was bist du überraschend? Es ist für dich. Ach du Scheiße, ach Mist, weg hier! Verdammt! Verdammt! Ja, Ben, mach doch was. Alter, was? Alter, Ben, du machst nur Scheiße ohne Schmarrn, ne? Weg mit dir, weg! Ja, warum stirbt denn er nicht? Ich hab zweimal in seinen Kopf reingehämmern. Weg mit dir! Weg mit dir! Riverstreet ist hier vorne! Aber das ist nicht alles! Oh, gib mir einen Scheiße! Warte, woher ist Chuck? Chuck wird sich wahrscheinlich opfern. Jo. Laufen wir weiter oder helfen wir Chuck? Warte, wir müssen gehen! Warte, jetzt! Warte, weg! Warte, weg! Okay. Ich geh mir die Tür. Ich mache die Tür. Du bist okay? Ja. Du hast deine Beste abgerichtet. Du schäuert. Du schäuert. Es wird erholt. Wir müssen ihn rein. Zwei ihn hoch. Kenny, wie ist die Tür gekommen? Ich arbeite, ich arbeite! Wir arbeiten schnell. Bring uns einfach da rein. Ich werde einen Weg nach Rennen finden. Okay, und wir können uns wieder hier mit allen... Ja, mit allen sprechen und reden und so. Genau, machen wir das mal. Wir schauen uns erstmal hier um. Ein schöner Garten... Und ein Erdhügel. Ein schöner Garten, Erdhügel, Hunde... Hundehütte, ich glaube, da ist ein Hund begraben. Ein schöner Garten, der hier gebraucht wurde. Ja. Ein Hund. Genau. So, was gibt es hier? Ein Brunnen. Das ist da eine Schaufel. Die können wir gebrauchen. Genau, richtig. Dann ist hier noch so eine Art Garage. Das ist nah an einem Brunnen. Ja, das wäre auch, glaube ich, nicht so vorteilhaft. So, ähm... Eine Hundeklappe, die Tür... Und wir sprechen mal mit Kenny. Wie läuft's mit der Tür? Meinst du, da drin ist jemand? Du denkst, vielleicht ist jemand noch drin? Nein. Wir haben von ihm gehört, all die Racket, die wir machen. Aber wer hier war, hat einen ziemlich guten Job, fortifizieren ihn. Ein schöner Ort, um zu holen. Wir können einfach herausfinden, wie wir in den Ort kommen. Jo. Wie geht's dir denn so? Hey, wie hältst du dich, Mann? Lee, ich mag den Interesse. Aber ich glaube, dass ich nicht so meine Gefühle, das hilft, uns in dieses Haus zu holen. Okay, okay. Gut, äh, die Tür. Öffnen. Ja, haben wir schon festgestellt. Äh, die Schaufel wäre auch ziemlich laut. Und was haben wir noch? Ah, wir haben noch das Multitool dabei. Also nicht von der Farm, sondern vom Zug. Das wäre aber auch zu laut. Gut, da ist ein Fenster, vergittertes Fenster. Okay, wir reden mal mit Ben, der eigentlich nur Scheiße baut. Wegen Clementine. Meinst du, wir kriegen die Fenster auf? Erstmal, ähm, ja, erstmal wegen Clementine. Gut, meinst du, wir kriegen die Fenster auf? Was Kenny ihn betrifft. Jo, das werden wir vielleicht auch, äh, machen. Wäre vielleicht besser. Und wir reden mal mit Clementine. Und, äh, wegen vorhin, ähm, das war ja so laut wegen den Kirchenglocken. Und das hat schon die Zombies angelockt. Das wäre auch scheißegal. Hätte ich da nicht hochgerufen, wer bist du oder so. Das wäre eigentlich egal gewesen. Okay, Clementine. Nein, sie haben uns nicht gesehen. Ich glaube ja. Äh. Ah, ich auch. Gut, mit, äh, es sieht wahrscheinlich schlimmer aus, als es ist. Es hat, äh, sie hat recht, es ist schwer. Äh. Ja, das ist richtig. Und, äh, äh, wir haben, äh, Dingens, Umid beruhigt, ist ja schon mal gut. Clementine, reden. Echt? Echt? Okay. Gut, ähm, wir können mal, haben wir, äh, schon angeschaut, oder? Verdammt, okay. Gut. Ah, das ist jetzt das Komische, äh. Genau, Hundeklappe. Können wir da nicht Clementine draufschicken? Verdammt. Ja, nur blöd, wir wissen schon, wo der Hund ist. Das ist, das ist nicht so geil. Aber wir müssen, äh, wohl, den Hund wieder rausholen. Ich hoffe, dass er noch, äh, das, äh, Hundebundle da rum hat, da mit dem Chip, hoffe ich mal. Aber... Ja, das ist richtig. Boah. Bleib weg, das, äh, war schon eine ganze Weile hier. Ich weiß nicht. Eww. Ich kann es von hier riechen. Rose. Clementine, honey. Komm, sitz mit mir, ohne Neid. Lass Lee arbeiten. Ja, das ist der Kadaver. Schauen wir uns den ersten an. Und wir versuchen mal, das Halsband wegzunehmen. Oh, da ist sie vielleicht schwanger. Hm. Die Schaufel? Ich glaube nicht mehr. Ich bin fertig, zu spüren ihre Tiere für den Tag. Na, das glaube ich dir auch. Okidok, wir haben, äh, diesen Chip, dieses Hundehalsband. Und wir werden, hoffe ich, mal reinkommen und Clementine vielleicht durchschicken. Und was uns da drin erwartet, werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Wir sehen uns, äh, dann am Morgen, beziehungsweise hören. Und, äh, bis dahin, haut da rein. Sehr's. Ja. Ja. Vielen Dank.